Tja, hi Leute, hier ist euer Mofabeer, ich grüße euch ganz herzlich, wir sind wieder mal bei einer kleinen Runde Robocraft und ich wurde jetzt per Facebook schon öfters mal angeschrieben, auch per YouTube, aber ich nicht was zum Thema Hashtag Freiheit sagen will. Ihr wisst wahrscheinlich schon worum es geht, den einen nervt es wahrscheinlich schon, der andere, der ist natürlich hier noch total am feinen, was hier abgegangen ist. Er hat den Hintergrund, ich denke mal die meisten haben es mitbekommen, dass der liebe Ungespielte aka Simon, sag ich jetzt mal, eigentlich sehr umgedreht, aber ist ja eigentlich erstmal egal, man kennt ihn ja meistens ungespielt. Er hat ja sein Netzwerk mal ordentlich in den Arsch getreten und ich fand es ja schon mal richtig gut, dass sich überhaupt mal ein YouTuber hier raustraut und es überhaupt den Mut hat, das mal zu sagen, denn die Netzwerke, ja nehmen sich natürlich einiges raus, was man jetzt auch vom lieben Simon gehört hat und das geht natürlich so nicht und jetzt hat einer mal öffentlich, ein großer YouTuber mal öffentlich hier mal rausgeschrieben und dann mal gesagt, was hier gesagt werden muss. Ich denke mal, das wird jetzt natürlich ein ganz anderes Licht auf alle Netzwerke werfen und da wird sich jetzt, denke ich mal, jeder oder sollte sich jetzt jeder mal überlegen, ob er tatsächlich ein Netzwerk will oder nicht. Ja, das war es auf jeden Fall. Ich wünsche auf jeden Fall den lieben Simon weiterhin alles, alles Gute und mit seinem zweiten Channel, den könnte ich natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken. Wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Erfolg und viel, viel Glück, dass es weiter so gut läuft für ihn, aber er hat auf jeden Fall eine ganze Menge Backup, also hier mit Dena und den ganzen Leuten. Ich glaube, er hatte ja schon über eine Million Abonnenten, gehört auf jeden Fall mit zu einer der größten deutschen YouTuber auf jeden Fall und wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück oder viel, viel Erfolg weiterhin, Simon, dass es auf jeden Fall weiter so gut läuft, aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich ein paar Worte dazu gesagt, nicht weil ich sagen muss, sondern weil es tatsächlich eigentlich relativ gut ist, dass es mal laut jemand gesagt hat oder mal ausgesprochen hat. Ähm, ja gut, okay, wir sind jetzt hier auf jeden Fall, wie gesagt, in Robocraft und ich wollte jetzt hier auf jeden Fall auch mal meine lieben Ketten tauschen. Ich habe jetzt auch ein paar bisschen Feedback bekommen, wie die Ketten denn so sind und sie wurden für gut befunden, also werde ich sie jetzt auch mal kaufen und draufbauen. Wir sind ja momentan Tier 6 und da werde ich mir jetzt auch... Okay, ich kann mir davon nur zwei kaufen, aber so wie ich jetzt mitbekommen habe, sollten zwei Stück eigentlich reichen. Ich weiß bloß nicht, wie ich die hinbauen könnte. Kann ich die hier unten auch reinbauen? Äh... Okay, ich glaube, das wird jetzt ein größeres Unterfange, die sind ja relativ groß. Ich habe sie mir jetzt ein bisschen kleiner vorgestellt. Aber könnte ich die rein theoretisch hier auf die Seite bauen? Oder an die Seite bauen? Oh mein Gott, das würde ja tatsächlich gehen. Es sieht natürlich mega scheiße gerade aus. Aber wenn ich hier unten jetzt vielleicht eine... ...Reihe draufbaue... Okay, ich brauche irgendwelche Steine. Äh, natürlich habe ich jetzt kein Geld mehr für Steine. Das ist natürlich jetzt mega bitter. Ja, was mache ich denn jetzt? Orangene Steine nehmen. Ja, okay, mir wird jetzt auf die Schnelle nichts anderes übrig bleiben. Außer die orangene Steine zu nehmen. Ich hoffe, dass da meine Räder nicht so schnell... ...oder beziehungsweise die Ketten nicht so schnell abgeschossen werden. Also ich hätte sie jetzt... Wirklich, die sind ja so lang wie mein Panzer. Das ist ja crazy. Okay, das ist natürlich jetzt nur professorisch. Bitte versteinigt oder steinigt mich jetzt nicht, dass das jetzt etwas komischer aussieht. Aber ich wollte die jetzt auf jeden Fall mal probieren. Die werden natürlich jetzt keinen Designpreis gewinnen, so der Panzer. Aber darum geht es ja auch in erster Linie jetzt mal gar nicht. Ich will die jetzt tatsächlich mal testen. Ich hatte sowieso ein paar Probleme hier mit der Lenkung. Und deswegen kommt mir das natürlich jetzt gerade recht. Wo habe ich denn die jetzt auf der anderen Seite hingebaut? Hätte ich zwei Steine frei. Und hier habe ich... ...einen Stein frei. Also müsste ich in eins weiter nach vorne sitzen. Setzen, nicht sitzen. So. So sieht es doch gut aus. Ja, okay, vom Aussehen... ...jetzt erstmal noch gar nichts zu sagen. Aber ich probiere es auf jeden Fall jetzt erstmal. Ich hoffe, dass der jetzt auch so fahren kann. Und das werden wir gleich rausfinden, indem wir erstmal kurz gleich ein Battle machen. Ich bin ja gespannt. Die sollen ja... Das Handling soll ja irgendwie geliebt oder gehasst sein. Der eine sagt, er kommt weniger zurecht. Der andere sagt, er kommt ein bisschen besser zurecht. Also ich denke mal, noch schlechter als mein jetziges Fahrzeug. Kann das ja gar nicht sein. Aber der sieht ja mega scheiße aus. Und man soll die Berge hochfahren können. Also besser hochfahren können. Ey, ich finde das Handling jetzt gar nicht übel. Man kann sich tatsächlich am Punkt drehen. Also der hat sich schon geil gebaut, der hier vorne. Vielleicht werde ich doch... Oh! Psalah! Vielleicht werde ich doch irgendwie mal... ...einen neuen Panzer bauen. Aber ich finde den jetzt gar nicht so übel. Das Handling. Also man kann sich tatsächlich, glaube ich, am Punkt drehen. Okay, das war jetzt knapp. Oh! Komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Den hole ich mir jetzt halt. Oh! Komm schon! Okay, so hoch kann ich nicht schießen. Oh shit! Okay, schade. Ich weiß leider jetzt auch nicht, wie viel das die Räder aushalten. Das könnte natürlich sein, dass sie jetzt mit einem Schuss weg sind. Überhaupt, weil sie auf orangenen Steinen sitzen. Hopp vor, Kompadre! Ey! Und volle Lotte drauf hier. Und weg. Oh, da ist noch einer. Oh! 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 Oh, habe ich volle Lotte daneben geschossen? Was hier los? Mein Mate blockt mich! Oh mein Gott! Ey, ich finde die Panzerketten hier echt mega. Schade. Das hätte voll auf den Unterbau gehen können. Ein paar Kanonen runterschießen. Und voll auf seinen Käptler schießen. Er napsst mich natürlich weg. Ich habe natürlich keine Kanonen mehr. Aber mein Medic kriegt dir das. Also ich fand das. Ich finde das Handling etwas auf. Etwas gewöhnungsbedürftig. Aber es ist gar nicht übel. Ich denke mal, dass das mit. Mit vier Rädern wahrscheinlich noch besser ist. Also so übel finde ich das jetzt gar nicht. Ich kann nur noch dauern. Immer ein bisschen länger, bis sie aufladen. Oder beziehungsweise wie wir hergestellt sind. Okay, ich gehe jetzt erstmal auf den Spawn. Er heilt mich trotzdem weiter. Sehr schön. Und hier vorne, unser Mate braucht natürlich mehr Backup eigentlich. Ich lasse ihn jetzt mal. Ich leuchte oder zeige ihn jetzt. Okay, er ist sowieso fertig mit mir. Ey! Als hätte ich hier nicht genug rote Steine drauf. Was hier heißt, Vorsicht! Mofa ist hart. Das ist jetzt das Einzige, was mir damit einfällt. Aber sie sind tatsächlich ein bisschen langsam. Aber ich denke mal, mit Trusters kann man das vielleicht noch ein bisschen ändern. Wir hätten noch einen Gegner. Wo ist denn jetzt die Fahne? Jetzt habe ich hier das. Die Fahne sage ich schon. Eher die Base. Ich habe das jetzt schon ganz aus dem Auge verloren. Er ist ein bisschen schauklig. Aber von den Ketten her finde ich das ja gar nicht übel. Muss ich mal sagen. Ich hätte jetzt vielleicht... Oh, wir haben sogar ein bisschen Geld gewonnen. Ich hätte jetzt vielleicht sogar schon eine Idee. Habe ich das jetzt allerdings auf die Schnelle hinbekommen? Weiß ich nicht. Da bauen wir erstmal den ganzen Krempel hier wieder weg. Und drehen das Ganze... Was ist denn hier los? Geht das nicht, weil ich hier nicht genug Platz habe? Was ist denn hier los jetzt? Ich kann sie nicht drehen. Was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Wo liegt jetzt das Problem? Ah. Ups. Ne, das wollte ich jetzt aber nicht. Jetzt habe ich die Hälfte von meinem Panzer auseinander genommen. Und kann sie trotzdem nicht... Verwenden. Ich muss jetzt erstmal Steine nehmen, sonst sehe ich hier nämlich nichts. Ich hoffe, das passt jetzt hier rein. Oh mein Gott, das würde ja tatsächlich reinpassen. Awesome. Könnte ich das vielleicht... Ja, aber auf einen 1x1 Rahmen wäre, glaube ich, ziemlich scheiße. Aber ich könnte es jetzt trotzdem mal probieren. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, ob das funktioniert. Oh, da wird allerdings die Haut von meinem Panzer schon sehr, sehr dünn. Oh, da ist das Sitz drinnen. Achso, ich wollte es ja nur eines nach innen noch bauen. Okay, wie tue ich denn das jetzt am besten bewerkstelligen? Nehme ich mir wieder blaue Steinchen? Wir haben doch jetzt ein bisschen Gelb bekommen. Dann kaufen wir jetzt einfach ein paar blaue. Wo sind sie denn? Hier unten haben sie... Oh, wir haben sogar noch 23 Stück. Dann kaufen wir einfach noch ein paar. In der Hoffnung, dass wir das dann so... Ey, die schimmern so ja so leicht grün. Das ist mir ja nie aufgefallen. Oder ist das erst seit dem Update so? Okay, ich weiß es nicht. Ähm, gut. Hier müssen wir ein Steinchen... Ich baue jetzt mal hier schnell einen hin. Das war ein blauer. Dann machen wir das hier wieder voll. Ach, die sind... Ach, es schimmert so schöne Farbe, weil der nicht mit dem Sitz verbunden ist. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin doch ein Trottel. Ich wollte es doch jetzt eins weiter nach innen bauen. Jetzt habe ich natürlich total verkehrt gebaut. Der muss auch noch weg. Ich baue jetzt hier mal einen hin, dass ich erstmal wieder was sehe. Und dann muss das weg, das weg. Die müssen alle weg. Ab das jetzt so eine gute Idee ist, bitte frag mich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist gerade die einzige Idee, die mir in den Sinn kommt. Und jetzt kann ich es bestimmt nicht hin machen, wegen dem Fahrersitz. Okay, so wird es doch gehen. Allerdings sind sie dann schon sehr nah beieinander. Ab das jetzt dann so gut ist, ich weiß es nicht. Aber wir testen es einfach mal aus. Dann kommt dieser ganze Krempel hier wieder weg. So, und dann nehmen wir die. Achso, wir müssen ja erstmal noch hier die ganze restliche Zeugs hier wegbauen. Äh, gut, dann machen wir das so. Dann sparen wir vielleicht auch ein paar CPU-Flops. Was macht denn der Stein hier? Und dann kann ich mir vielleicht einen Flipper draufbauen. Äh, so stimmt das aber nicht. Da muss noch diese Reihe weg. Also das mit diesen riesen Dingern hier, das ist ja eine Katastrophe. Und jetzt hier noch weg. Oh, dann habe ich in der Mitte nur einen kompletten Steg. Ich glaube, das ist schon sehr mutig. Aber wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wo habe ich denn den jetzt hingebaut? Hier hinten so? Okay, das sieht auf jeden Fall gut aus. Allerdings glaube ich, dass die fast noch ein bisschen nach vorne müssen. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Ob wir die weiter vorne auch... Das ist natürlich jetzt richtig kacke wegen dem Sitz. Aber vielleicht könnte ich den Sitz ein bisschen verschieben. Das probieren wir jetzt auch. Dann werden wir den Sitz hier hin machen. Warum kann ich den hier nicht bauen? wegen dem hier. Dann geben wir wenigstens dem mittleren Rahmen eine blaue Reihe. So. Ja gut, schießen Sie mir die Räder weg. Ist dann natürlich meine Fahrerkabine jetzt komplett offen. Das ist natürlich jetzt dann auch etwas kacke. vielleicht sogar noch eines weiter vor. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. aber wir werden sehen. So und so. Also wie gesagt, ob das jetzt tatsächlich so eine gute Entscheidung ist, weiß ich jetzt nicht. Okay, wir können aber tatsächlich hier noch ein paar Steinchen drauf bauen. Eine Reihe wenigstens. Und hier haben wir noch einen braunen Stein und hier auch. Wups, das wollte ich jetzt nicht. Dann bauen wir hier einfach nochmal ein paar blaue hin. Ich glaube, so viel blaue habe ich gar nicht mehr. Okay. Ja, ihr müsst mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich glaube, ich werde das Rest hier off-cam machen. Sonst dauert das wahrscheinlich hier ein bisschen länger. Aber ich wollte ja wenigstens diese Ketten mal probieren. Aber dass man die jetzt das hier zu groß sind, hätte ich jetzt hier nicht gedacht. Und ich könnte vielleicht sogar hinten den ganzen Panzer eine komplette Reihe ein bisschen weniger bauen. Das werde ich auch noch machen. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht nicht so viel Mördergewicht hier hinten drauf habe. Ich könnte sogar noch eine Reihe weniger bauen. So, dann machen wir hier hinten einfach wieder zu. Ja, okay. Schießen sie mir hinten dran. Ja, gut. Ist jetzt erstmal probeweise. Also ich denke mal, da kriegen wir vielleicht ein bisschen was hin. Wie es fährt, weiß ich allerdings nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall feststellen. Ja gut. Ja, ja. Wird sich dann zeigen, wie es sich fahren lässt. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Okay, da können wir wieder nichts hinbauen. Dann müssen wir es wieder hier machen. Okay, wir haben keine Steine mehr. Das ist natürlich jetzt wieder mega scheiße. Aber nicht so schlimm. Dann nehmen wir einfach die roten und füllen das Ganze hier wieder mit rote aus. Okay, wobei so haben wir noch drei Äckchen. Ja, aber leider nur noch zehn Stück. Wenn man das Ganze dann so macht. Da sind ja trotzdem die Räder offen. Aber ich kann hier tatsächlich Steine draufbauen. Das finde ich mega geil. Okay, wir haben aber keine Steinchen mehr. Da bräuchte ich bräuchte ich die roten. Das finde ich natürlich mega nice an diesen Ketten, dass man hier tatsächlich ringsrum alles verkleiden kann. Wobei, ich könnte doch jetzt vielleicht sogar noch ein paar Schilder draufbauen. Schleifen die dann am Boden? Ich weiß es jetzt nicht. Und ich denke mal, es wäre dann besser, wenn die hinten wären. Denn sonst natzt ich hier einmal auf mein Fahrzeug drauf. Und dann ist hier Ende mit meinem lieben Fahrersitz. Ja, so kann man das doch vielleicht für den Anfang erstmal lassen. Ich glaube, so werde ich es vielleicht auch machen. Ob das jetzt allerdings gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber es werden wir auf jeden Fall mal rausstellen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal gleich nochmal in ein Battle und werde das Ganze jetzt natürlich nochmal testen. Und hoffe, dass das auf jeden Fall dann erstmal klar geht irgendwie. Okay, ich habe hier heute Mittag auch schon mal gezockt. Allerdings hatte ich da Probleme mit der Sechser-Lobby. Die war so dermaßen überfüllt irgendwie, dass die ganzen Surfer zusammengebrochen sind. Okay, wir fahren auf jeden Fall schon mal. Wir haben hier auf jeden Fall Kettchen drauf und ich weiß gar nicht, ob man über Eis fahren kann. Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich habe vergessen, meine Kanone draufzubauen. Okay, es ist schon ein natürlicher Unterschied zwischen Rädern und diesen Ketten und jetzt bin ich gespannt, ob das mit diesen Ketten auf Eis funktioniert. Oh ne, das funktioniert ganz genauso hervorragend wie mit Rädern. Und das mit den Schildern gefällt mir auch noch nicht so, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wie gesagt, soll keinen Designpreis verdienen oder bekommen, soll jetzt erstmal nur ums Fahrtechnische gehen und ich vom Handling komme ich da auf jeden Fall schon ein bisschen besser klar als mit meinen anderen. Hier hinten habe ich schon was gesehen. Da haben wir was. Da haben wir eine Rail. Hat er mir gleich mein Schild weggenatzt? Er schießt auf die linke Seite und macht mein rechter Schild kaputt. Das ist natürlich overskilled. Soll ich eigentlich gleich rüberfahren. Die versammeln sich natürlich jetzt wieder hier alle in der Mitte. Oh, das war ein bisschen hoch. Hier vorne haben wir ein Medic. Ich hoffe, der ist auch hier vorne. Oh, aber die Berge kommt ja echt schön hoch, muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen. Ich kann die nicht spotten. Okay, jetzt eingeschlagen. Und jetzt auch eingeschlagen und bei mir schlägt es auch schon die ganze Zeit ein. Leider bräuchte ich einen Medic und der Medic von uns ist aber leider Gottes schon sehr defekt, ganz genau wie ich. Und mein Panzer kommt mir so kurz vor, komischerweise. Wo wurde ich denn jetzt genutzt von hier oben? Da hat es gehittet und das hittet gleich nochmal. Und das hittet gleich nochmal. Jetzt geht er natürlich runter, der kleine Penner. Aber ich umfahre die jetzt. Ich habe natürlich jetzt keinen Star... Okay, ich wurde natürlich gespawnt oder gespottet. Da hat er verschossen. Okay, die Rail schießt auf mich. Aber den bekomme ich noch klein, hoffe ich. Kommt schon, lass mich wenigstens eine Kill, oh mein Gott. Okay, ich glaube diese Panzerung ist nicht wirklich gut. Ich wurde hier schon fast genutzt. Okay, ist gerade ein bisschen kacke. Ich schaue hier immer, ich habe hier heute hier mal ausnahmsweise hier hinten ein Licht aufgestellt. Und das ist natürlich jetzt nicht so gut. Jetzt schaue ich immer in die Richtung. Ja, okay. Das war natürlich jetzt kein guter Plan mit diesen Ketten hier. Da müsste ich echt mal komplett umbauen oder hier ein bisschen auf jeden Fall noch schützen. Hier können wir noch ein Stein hier hin machen. Vielleicht noch mit ein paar Dreieckchen. Ich weiß es nicht. Wüsste jetzt tatsächlich nicht auf die Schnelle, wie ich das bewerkstelligen könnte. Ich sehe hier auch nichts. So, und dann hier vielleicht noch eines hin. Oh, hier würde sogar ein Stein hingehen. Ein Dreieck würde hier hingehen. Okay, wird es auch nicht. Schade. Okay, da muss ich mir auf jeden Fall noch was anderes überlegen. Aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, dann war es das nämlich auch schon wieder von dieser. Ja, dann bin ich angemeldet für's Zuschauen. Bis dann. Macht's gut, Leute. Euer Mova. Ciao, ciao.